Musik Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test Playstation Plus. Jetzt habe ich mal eine neue Methode versucht, das Ganze aufzunehmen. Ich bin irgendwie, ist mein Kopf nicht ganz drin. Das ist, weil ich mich eigentlich einfach gegen die Webcam vorher gelehnt habe. Aus irgendeinem bestimmten Grund. Und jetzt muss ich das alles natürlich noch ausrichten. So, so müsste ich eigentlich gut im Bild sein. Ich rücke natürlich eher noch ein bisschen rüber. So, und zwar spielen wir heute ein Playstation Plus Spiel, das im September umsonst ist. Und zwar La Mulana X für die Playstation Vita und Vita TV. Auf dem ich jetzt gerade spiele, dass man jetzt aufnehmen kann. Ja, seit dritten glaube ich verfügbar. Und jetzt mache ich das Let's Test dazu. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen spät, aber es ist trotzdem noch ein Spiel, das ich gerne testen würde. Und wir sind uns das Ganze einfach mal an. Und ein Intro. Schauen wir mal, was da passiert. Vor langer Zeit, vor am Beginn der Menschheit. Niggoro präsentiert. Niggoro präsentiert. Auf die Erde hinab. Einsam, gefangen, Wein ziehen. Lasst mich nach Hause zurückkehren. In den Himmel. Schätze mal, dorthin gehöre ich. Kinder, bitte helft mir. Kinder, bringt mich nach Hause zurück. Bitte. Kinder, zu diesem Zweck wurdet ihr geboren. An diesem Tag wurden die Menschen geboren. Und als sie ihren Zorn erregten, wurden sie vernichtet. Nach mehreren Zeitaltern der Zerstörung beginnt die Geschichte. Okidoki. Und wir spielen La Mulana. Ex. So, da sind wir schon im Hauptmenü. Irgendwie beginne jetzt gerade meinen Hals weh zu tun. Aber das soll man euch jetzt nicht abhalten davon. Hier direkt ins Spiel rein zu starten. Die Option schaue ich mir, wie immer, zum Schluss an. Damit ihr hier jetzt nicht gelangweilt werdet, bevor wir anfangen. Und, ja, falls ihr dann noch zuschauen wollt, wenn nicht die ganzen Optionen und so durchgehe, dann könnt ihr dabei bleiben. Wenn nicht, dann könnt ihr dann auch gleich euch verpissen. Das war nur ein Spaß natürlich. So, gut, wir starten die Lire in das Spiel. Ich starte auch den Timer. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja, das läuft halt alles nur in diesem kleinen Bild. Der Rest ist nur Rahmen. Und, ja, ich hoffe, das passt alles mit nur Lautstärken und so. Hört schon hin wahrscheinlich. Gut, dann geht's jetzt auch schon direkt los. Endlich habe ich Lamulana erreicht. Hier beginnt das Abenteuer, sagt dieser Pixel-Typ. Äh, ich kann mich jetzt bewegen anscheinend. Gut, ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß auch nicht, wie die Steuerung ist. Das hätte man vielleicht doch anschauen können. Springen kann ich, entweder sehr hoch oder halt so niedrig. Kann ich mich auch in der Luft bewegen. Ja, irgendwie schon. Ganz komisch auf jeden Fall. So kann ich mich bewegen und so auch, okay. Kann ich mit dir reden oder so? Vielleicht mit Viereck. Opa. Das. Hallo. Raid. Vielleicht mit Viereck. Auch nicht. Ähm, mit L oder irgendwie so. Nein, okay. Vielleicht da reingehen. Da kann ich auf jeden Fall reingehen. Willkommen, du bist Professor Lamesa, habe ich recht? Ich glaube, ich weiß, was du suchst. Herr Lamulana, richtig? Unten am Dorfrand kommst du zu den Ruinen. Dein Vater ist da rein, um irgendwas zu erforschen, aber er ist schon seit ein paar Tagen nicht zurückgekehrt. Keine Ahnung, wonach er sucht, aber die Leute erzählen schon seit Urzeiten Geschichten über versteckte Schätze. Selbst der Ursprung des Lebens selbst könnte sich in diesen Ruinen verbergen. Wir beschützen Lamulana schon seit Generationen, denn noch kenne ich nicht einmal ich ihre Geheimnisse. Ich werde dich nicht daran erinnern, die Ruinen zu betreten, aber bedenke, die Rätsel von Lamulana sind ungelöst, weil diejenigen, die hineingehen, nicht wieder herauskommen, weder tot noch lebendig. Wer weiß, was dich da drin erwartet. Wie auch immer, ich werde meinen Leuten sagen, sie sollen den Eingang öffnen. Nimm auch ein Gewicht mit. Das ist übrigens ein schicker Laptop, den du da hast, der wurde speziell für archäologische Expeditionen entwickelt. Unglaublich, wie flach und leicht er ist. Ah, na klar, Made in Japan. Ich habe gehört, die sollen da auch ganz gute Spiele produzieren. Zum Beispiel dieses hier. Weil alles auf Japanisch geschrieben ist, habe ich mir einfach so überlegt. War es zu viel? Ach ja, eins noch. Im Gegensatz zu deinem Vater siehst du aus, als könntest du ein wenig Hilfe gebrauchen. Nimm diese Software. Ich habe sie selbst entwickelt. Sie kann nur E-Mails von mir empfangen. Du kannst nicht antworten, aber ich werde dir alle möglichen Tipps schicken. Wow. Outlook hätte auch gereicht. Gib mir mal deinen Laptop. Erhalten. Excel-Pud-Mail. So, ich habe sie installiert, aber vergiss nicht, sie im Software-Menü zu aktivieren. Und Spyware und Malware habe ich auch noch installiert. Und lies unbedingt alle meine E-Mails. Wenn ich dich per E-Mail auffordere, ins Dorf zurückzukommen, nun, dann solltest du das besser tun. Kapiert? Gut, dann hast du alles. Mach dich vom Acker. Okay, und wie aktiviere ich die Software jetzt? Ich habe eine E-Mail. Ich weiß aber nicht, wie ich das irgendwie öffne. Da patche ich. Genau, da springe ich. LR bringt sich auch nichts. Vielleicht gibt es Optionen. Nein, da esse ich nur eine Suppe und bin an der Erdoberfläche. Sehe ich hier gerade. Gut, das braucht man natürlich nicht. Share braucht man auch nicht. Hier drauf tippen bringt sich auch alles nichts. Ach so, vielleicht muss ich auch die Leute drauf tippen. Das ist ziemlich schwer eigentlich. So, ähm. Ach so, äh, das ist das da. Ah, mhm, mhm. Das ist aber der Vita TV jetzt. Die ganzen komischen Länge. Das ist auch das Rückseiten-Touchpad, aber das bringt sich auch nichts. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich das komische Laptop-Menü öffne. Habe ich noch irgendeine Taste, die ich übersehen habe? Unter links, rechts. LR. Dings-Taste. Und die Taste. Bringt sich aber alles nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das E-Mail zu öffne. Ist das eine Röhre? Ich drücke runter, aber es passiert nichts. Entrance steht da drüben. Da oben ist noch irgendwas. Wie kann ich das nochmal lesen oder so? Gar nichts, oder? Habe ich auf jeden Fall noch nichts rausgefunden. Ah, nach unten. Wenn ich nach unten drücke, hier kann ich speichern. Ich speichere hier gleich direkt einmal. Wir haben schon drei Minuten gefeuertet, ohne irgendwas zu schaffen. Das ist natürlich gut. Das sind auf jeden Fall Speichelpunkte. Wenn ich da runter drücke, kann ich speichern. Okay. Da runter drückt passiert nichts. Wenn ich da runter drücke, kann ich runterklettern. Wenn ich mit denen reden will, passiert nichts. Ich weiß nicht mal, ob ich mit denen reden kann überhaupt. Ja, das Patch passiert leider auch nichts. Vielleicht nach oben drücken. Nein, das wird nichts. Hm, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Hotspot. Da gehen wir mit mir einfach mal rein. Auf Abenteuer aus Wasser röste dich besser aus. Ich habe null Dollar, also kann ich mir hier einen Revolver kaufen. Das ist eine Pistole, aber dass du sie hast, bleibt besser unter uns. Tja, okay. Eh, du hast nicht genug Kohle. Dann, nein, danke. Oh, komm schon. Du kaufst nicht mehr. Nein. Nein. Nicht wirklich. Tschüss. Können wir uns nicht mal um ein bisschen Gold so ein größeres Gold kaufen? Boah, ich weiß nicht, wie ich meine E-Mail öffne. E-Mails öffne. Vielleicht soll ich mal kurz nachschauen. Also das geht ja gar nicht. Dann muss ich nochmal ins Hauptmenü. Aber da komme ich auch nicht mehr hin. Egal, das werden wir schon so auch schaffen. Das ist, dies ist ein PC-Laden. Was brauchst du? Hier muss ich Akku für meinen PC kaufen. Ein Software. Okay, ein Übersetzer. Das ist natürlich ganz gut. Ein Glyphen-Leser natürlich. Also das Google-Links-Logo. Google-Übersetzer-Logo. Ähm, ja gut. Nächstes sind nur lauter Läden. Im Rande des Dorfes ist auf dem Weg zum Altar. Gibt es eine heiße Quelle? Dort kannst du gut deine müden Knochen ausruhen. Da gibt mir nur einen Tipp. Aber mir hat noch niemand einen Tipp geben, wie ich der Ding zu öffnen kann. Die Ding muss ich auspatschen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. Ich habe schon wieder eine E-Mail bekommen. Oh, scheiße. Scheiße, was mache ich? Fuck. So schlecht. Jetzt rauf und... Ja. Oh, zwei korüne Perlen. Ich habe immer Lebenspunkte, Rajant. Weil ich habe Leben mitzubekommen. So, da kann ich nicht drüber. Ja, so, so. Ja, ich glaube, ich habe vorher Leben verloren. Deshalb werde ich jetzt wieder Leben dazu bekommen. 31 habe ich jetzt. Da ist Kohle. Okay. Da hole ich mir mal ein bisschen Kohle. Vielleicht hilft das ja. Da sind die heißen Quellen. Da kann ich mich vielleicht heilen. Schauen wir mal. Wenn ich da reingehe, heile ich mich wieder auf 32 Lebenspunkte. Das ist auch gerade mein Maximum, anscheinend. Ich verstehe. Da sind zwei Leitern. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ich weiß nicht, wie ich meine E-Mails öffnen kann. Muss ich da oben in das Drücken vielleicht? Ne, das funktioniert alles nicht. Dann besiege ich mal den Adler da. So, achso, da ins Logbuch. Darf ich da was ein? Nein, ich bin zu... Nicht verletzt worden. Ich packe es überhaupt nicht irgendwie. So, dann halten wir uns nochmal vier Lebenspunkte. Das sind vier Lebenspunkte. Da unten ist auch eine blaue Anzeige. Das ist schon ein kleines bisschen gefüllt. Eigentlich will ich da jetzt auch rüber und da mal rausklappen. Der Vogel wieder dran. Nein, da ist nämlich irgendwas. Das mir aber irgendwie nicht weiterhilft. Aber ich kann ja weiter nach links. Die sind leicht zu töten irgendwie. Naja, die machen wir nicht wirklich viel. Na gut, da ist ein Schild. Was wichtig ist auch. Und das kann ich lesen? Komisch. Ich kann das Schild nicht lesen. Also irgendwie, irgendwas verstehe ich an der Steuerung, glaube ich nicht. Die Legende ist, nach Sol Argus, ein Monster, das im blauen Körper mit Orgen bedeckt ist, durch den Schlangenstab verwundbar sein. Okay. Den Schlangenstab, also. Da habe ich wieder was in mein Logbuch eingetragen, aber ich weiß nicht, wie ich das öffne. Schlangenstab, alles klar. Ich habe den Schlangenstab nicht. Soweit ich weiß, ich weiß auch nicht, wo in meinem Inventar ist oder so. Gut, dann bin ich hier sowieso falsch. Danke für den Tipp übrigens. Wenn ich so mache, wollte ich hier raufgehen, dann angreifen, macht der Schesse. Oh. Und kriegst du Sushi oder was soll ich mit der Sänseln? Dann schaue ich einfach mal da lang. Ja, ich schaue hier nicht lang. Nein, du kommst bis daheher, du scheiß Viecher, Alter. Wieder mal raube. Das ist also schlecht in dem Spiel, aber egal, das sind die ersten Quellen. Wir sind noch ganz am Anfang. Alter. So, die Schlange macht auf jeden Fall tot. Oh, und jetzt heilt mich noch mal. Oh, mitten im Flug. Perfekt. Ja, da werde ich runterkommen. Das heißt, ich werde da runterfliegen können eigentlich. Da war ich überall schon drinnen. Kann ich der die Vase vom Kopf schlagen? Nein? Okay. So, da drin war ich nämlich noch nicht. Da ist der Entrance von irgendwas. Da hier drinnen schon. Das ist alles ausverkauft irgendwie. Extra billig. Kauf hier ein. Wir haben drei Münzen, können uns noch nichts leisten. Auch die extrem billigen Preise hier nicht. Ich weiß ja, was ich jetzt machen werde. Ich werde den noch mal spechern. Wo kann man tatsächlich so nicht spechern? So gehen. So, dann runter. Erdauerfläche hört sich gut an. So, da hänge ich natürlich noch etwas Zeit dran, weil das dauert alles seine Zeit. Kann ich hier wirklich nicht zurück ins Hauptmenü das, ja? Erst. Wir haben nämlich gerne eine Steuerung anzündet. Da gab es nämlich eine Steuerung. Na gut, wir binden. das Spiel einfach noch mal. La 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 la. Keine Angst, das riechne ich alles nachher dazu. Kann ich ja nicht wissen, dass ich für heute Steuerung anschauen muss, wenn nichts erklärt wird. Danke noch mal. Pygmy Studio. Lässt das eine Lehre sein. Ah, okay, das kann ich alles überspringen. Das kann ich auch überspringen. Das kann ich auch überspringen. So, dann kann ich hier laden. Optionen. Steuerung wollte ich eigentlich. Springen. X. Erstwaffe. Hier. Kernstellungen öffnen. Nein, nein, nein. Sprüngendes X. Erstwaffe war 4, glaube ich. Zweitwaffe war Kreis, schätze mal, Objekt nutzen, 3. Objekt nutzen, Okay, habe ich aber noch nicht. Nächste Waffe. Vorige Waffe. Achso, ja, genau, also die plastische Widersteuerung. Da funktioniert das alles. Da gibt es ja keine 2-Taste. So, Zweitwaffe und vorige Zweitwaffe. Machen wir es einmal so. Mehr gibt es da gar nicht. Seltsam. Okay, dann habe ich eigentlich schon alles probiert. 4-Ges Objekt benutzt. Okay, na egal. Ich bin mir halt noch nicht sicher, welche Objekte. So, auf jeden Fall sind da ganz einfache Vögel, die überhaupt nichts machen. Hier komme ich nicht daran, muss ich wahrscheinlich nur nach oben. So, und dann habe ich auch ein... Ah! So, okay, hier gibt es eine Klippe, vielleicht kann ich irgendwann fliegen oder so. Und darauf nehme ich jetzt nicht an. Ah! Oh! Ähm! Sehr schön. So, wie mache ich das? Und dann gehe ich jetzt hierher. Nein, da komme ich nach! Okay, wenigstens habe ich keinen Sturzschaden. Ach ja, okay, da muss ich mal wieder... Müssen wir anscheinend ein bisschen reinkommen, bis man das Spiel meistert. Ah, der macht Ihnen nix! Der macht mir überhaupt nix. Ah, ich kann ja gar nicht in der Luft klettern. Oh, Sushi-Rolle nochmal. Nein, nein, mach ich bitte! Okay, ich muss mich beruhigen. Und dann töt' ich den. Bams! Dann töt' ich den. Ich töt' ihn! Jetzt kann ich endlich rein. Was ist das? Kann ich das benutzen? Nein, das kann ich nicht benutzen. Darauf schlagen, ja, bringt sich nix. Kreis, zweitwaffe habe ich anscheinend nicht. Das Ding da kann mir auch irgendwie nicht helfen. Nein, das heißt, ich hätte noch mehr da rauf müssen. Das heißt, ich muss jetzt wieder ganz runter. Ah, aber wenigstens ein paar Lebenspunkte. So, hübschen wir gleich mal da hin. So. Okay, vier Lebenspunkte und habe trotzdem nur 30. So wie eine Sushi-Rolle. Aber ich muss sowieso hier oben lang. Das hätte ich natürlich auch gleich wissen können. Da unten geht es wahrscheinlich erst später rein. So. Da haben wir Knochen, den kann man aber nicht benutzen. Anderweiter geht es auch nicht. Dann gehen wir noch weiter auch rauf. Es sind noch nicht mal die Dings drinnen in der in den ganzen Katakomben und was weiß ich, wo wir da noch hinkommen. Und ich sterbe hier 10.000 Mal. So, öffnen kann man das jetzt? Ich kann das nicht mal öffnen. Nach oben drücken? Hä? Irgendwie muss man die Kiste da öffnen können, oder? Ich kann es aber nicht öffnen. Ich trage alles. Hatcher, der ist da oben auf dem Fall in der Mitte. Ich habe jetzt gerade bemerkt. Ich kann die Kiste nicht öffnen, dann brauche ich da einen Schlüssel oder so. Ich weiß es nicht. Okay, na, lassen wir es einfach mal zu. Ich würde wohl nicht so viel Schaden anrichten. Wenn ich das jetzt nicht sofort nehme, Gold mal wieder. Und dann eine Schlange, die mich trifft. Aber ich kriege wieder 2 Gold. Das ist dann natürlich... Oh, ausgewichen. Oh. So, was war da jetzt? Das hat man gesehen. Und das macht Geräusche. Irgendein Wasserfall oder sowas in der Art. Ist da rechts? Ja, da will ich eigentlich nicht runter. Oh, perfekt. wie wenigstens. Sehr schön. Kann ich... Ah, da sind nicht mehr so viele Gegner. Okay, kann man darüber springen eigentlich. Sind wir spawnen wieder alle? Andet doch nicht. Und hopp. Ah, yeah. So. Kann ich das jetzt lesen? Ich kann das nicht lesen. Warum nicht? Ich weiss nicht mal, wie man den Laptop öffnet. Ich weiss, da steht überhaupt nichts. Komisch. So, da ist so ein Vogel, da ist der Wasserfall auch, den ich vorgehört habe. So, in günstigeren Zeitung, mich anzugreifen. Irgendwie habe ich gerade Leben verloren, weil ich unter Wasser war. Oh shit, ich bin fast tot. Oh. Nein, ich sterbe. Das gibt es doch nicht. Da töte ich mich jetzt bestimmt. Mist. Ich bin selber so tot. Ich kann zwar einmal angreifen, aber, ah, ich bin tot. Tatl, ja, mach mal. und wahrscheinlich muss ich jetzt wieder vom Speicherpunkt anfangen und es hat nichts gespeichert. Also, ich habe wieder drei Münzen. Okay. Okay. Okay, allerdings weiß ich jetzt was angeht erst einmal. Nicht unbedingt, weil ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll, wenn ich da mal da oben bin. Ich habe doch eh drückt. Mal, manchmal. Okay, dann muss ich mal drücken. Alter, warum bin ich überhaupt da runtergegangen? Da muss ich ja gar nicht hin. Boah. Indoor habe ich, glaube ich, angeben, ich würde mich als erfahrener Spieler bezeichnen. Indoor-Programm, bei Indoor-Spieler-Programm war das, am PC. Aber ich weiß nicht, da bei welchem. In dem Fall habe ich da angeben, dass ich ein guter Spieler bin. Ich glaube, bei Origin, nein, 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 ja, aber die Kissen kann man nicht öffnen. Ich habe alles versucht. So, so geht er wieder nicht. Vielleicht komme ich jetzt mal weiter. Oder eine Mail bekommen von irgendjemand. Achso, ja, weil ich die Weichertöte da wahrscheinlich... Nein, doch nicht. Vielleicht steht da ja drin, wie es weitergeht, aber ich kann es nicht öffnen. wie soll ich ihn denn töten, da überhaupt ist. Ha, jetzt. Achso. Oh. Nein. Ah, komm, her. Jetzt bringt sich hier nichts. Na, komm, ich habe die... Ah, ja, her, komm, ja. Das ist Spiel. Ich kann das nicht. Ich habe zwei Münzen bekommen für den ganzen Blödsinn. Geht es hier überhaupt weiter? Achso. Richtig. Geht es doch nicht weiter, oder? Komme ich nicht weiter? Irgendwie auch nicht. Der fliegt irgendwie im Berg drinnen oben und um. Wenn ich hier springe, passiert auch nichts. der hat mich da wieder wieder runter und ich bin tot. Hä? Ich spiele zu selten solche Spiele, das merke ich gerade. Warum verstehe ich das nicht? zweiteste Teil der Musik startet, oder? Richtig. Ähm, Enttunst. Gab es da schon einen Weg rein? Nur zu doof, den zu finden? Achso, hä? Kann ich da etwa wieder mal was probieren? Ne, kann ich nicht runterklettern. Ich dachte, ich komme hier vielleicht durch. Dein Ernst? Ah, dann nehme ich keinen Schaden. Hä? Das habe ich runterdrücken müssen? Ja, hä? Woher soll ich das wissen? Vielleicht hat er mal das aus E-Mail geschrieben. Ja, ich kann es aber nicht öffnen. E-Mail. Ich verstehe das nicht. Kann ich in dem Spiel eine E-Mail öffnen? Ähm. Das ist gar keine PS4. Die Share-Taste ist die Select-Taste. Ja, ich mache auf jeden Fall länger ein paar Minuten dran, weil das ist erbendlich. Ich patche die einzige Waffe, die der Professor mitgebracht hat. Alles klar. Und den Laptop Mobile Super X. Ein stabiler Laptop, der über die wichtigsten Funktionen für Abenteuer verfügt. Welcher Platz? Ist ziemlich voll. Schon mit dem komischen Excel-Boot-Mail. Der Software ist zur E-Mail von den... Nur vom ältesten E-Mails fügt der Menü das E-Mail-Programm hinzu. Richtig. Was geht? Aha. So, und endlich. Diese Software kann es vertraut, wenn es um Nachrichten von mir geht. Funktionen empfängt nur E-Mails von mir. Details. Dies ist die neueste Version der Excel-Boot-Mail. Es gibt keine Pläne für ein Versions-Update. Es gibt keine Hilfeseite. Support-Anfragen und Fehlermeldungen werden nicht unterstützt. Danke, dass du Excel-Boot-Mail benutzt. Ja. Ich bin's. Guten Morgen, Sonnenschein. Sehr geehrter Professor Lemai... Lemesa. Ich bin's. Ich habe beschlossen, dieses E-Mail-Ding mal auszuprobieren. Ich wette, du wanderst noch im Dorf herum. Ja. Warum versuchst du nicht, als kleine Aufermübung vor den Ruinen das Schneckenhorn zu ergattern? Es befindet sich in einer Schatztruhe in der Schallschlucht, die über dem Eingang zu den Ruinen liegt. Mit einem Gewicht solltest du die Truhe öffnen können. Drücke runter-Taste, um das Gewicht zu platzieren. Gewicht. Aha. Also dann, ich werde dir wohl regelmäßig E-Mails schreiben. Falls dir langweilig wird und du Lust hast zu quatschen, komm in meinem... Wie kann ich scrollen? Ich kann nicht scrollen. Oh, nein. Wie kann man nicht scrollen? Komm in meinem... Das gibt's doch nicht. Okay, dann lassen wir das mal. Ich bin's. Dein Laptop hat eine Bestiarium-Funktion. Wenn du ein Funt besiegst, der noch nicht dokumentiert ist, blinkt dein Symbol. So wie jetzt gerade. Hä? Wo? Was geht? Ich bin's. Siehst du dieses viergegekistenartige Ding in der Nähe des Eingangs zu den Ruinen? Versuch mal, es zu schieben. In den Ruinen gibt es so etwas Ähnliches, dass du auch schieben kannst. Falls etwas verdächtig aussieht, hau nicht gleich mit deiner Waffe drauf. Versuch auch, es zu schieben. Bis später. Naja, da haben wir zum Beispiel einen Schreckenshahn. Das ist der da. Ein kleiner Drache, der über Kopf und Körper des Hahns sowie über einen scharfen Schwanz verfügt. Zieht er auf den ersten Blick ein gewöhnliches Huhn aus, abgesehen davon, dass er fliegen kann. Mag gern menschliches Blut und greift Personen bei Sichtkontakt an. Also ein ganz liebes Huhn. Personen haben wir da. Okay, das wollte er eigentlich nicht. Äh, wie komme ich denn das jetzt zu den Gegnern zurück? Ah da. Na, okay. Ah da. Erdbewerb vielleicht. Ja, okay, okay. So. Axtkopf. Das war der da. Eine Schlange, die in der Gegend des Daches lebt der Hinterkopf etwas hoch. Wodurch ihre Silhouette einer Axtklinge gleicht. Kraftmenschen bei Sichtkontakt schnell an, ist aber nicht sehr gefährlich. Kondor, ein großer Raubvogel mit einer Flügelspannweite von über drei Metern und lebt normalerweise von toten Tieren, doch die in dieser Gegend vorkommen Art zieht lebendes Fleisch vor und lauert stets auf eine Gelegenheit. Kommt zum Angriff. Gut, und irgendeine Viecher haben wir noch nichts gefunden. So, erste Seite ist das da. Enzyklopädie. Da haben wir noch nichts, da haben wir noch nichts, da haben wir auch 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 nichts. Personen. Da haben wir den einmal, das bin ich und den komischen Professor da, den ältesten Excelputz, der tolle E-Mail-Programme schreiben kann. Leidenschaftlicher PC-Spieler steht auch schon da. Das ist der Geschichtenerzähler, das ist die Ladenbesitzerin. Alles klar. Achso, ist ja blöd. So, jetzt haben wir alle durchgeschaut. Cloud-Config, das ist einfach die Steuerung, verstehe. Ja, zum Beispiel keine, okay, vielleicht können wir mal weitermachen. Das Ding soll ich schieben, okay. Da ist ein Grabstein dahinter, den kann ich auch, aber nicht benutzen. Was soll ich mit diesem Grabstein? Ich brauche da ein Gewicht, aber wo kriege ich ein Gewicht her? Achso, diese Sushi-Rollen sind Gewichte, oder wie? Und jetzt habe ich eine verbraucht. Ah, kommen in La Mulana Taufe verdienen. Okay, das ist der Eingang auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal rein, wir haben schon genug Zeit jetzt verbreitet. Tor der Weisung, okay. Ein wenig so ein Taschenlampenschimmer um uns herum. So, da haben wir schon Skelette, das ist ja nice. Wir müssen uns gleich begrüßen. Auf Dritten, naja. Okay, das sind Grabstein, die machen uns aber nix. Gut, ich gehe einfach mal ganz unten. So, jetzt wird es erst richtig interessant, irgendwie, wahrscheinlich. Kann ich so wieder überhaupt darüber? Schlafen die durch die Wandern? Die fliegen einfach irgendwie. Ja, da kann ich darüber springen. Das sind Gewichten, das sind Gewichte. Oh, vielleicht kann es auf einmal zerstören. Aha, okay. Na, guck mal her. Das braucht kein Gewicht für mich, das heißt, die Schatzkiste kann ich mal getrost vergessen da oben. Kann man da noch woanders hin, da kann man runterklettern. Ja, aber ich nehme erstmal den sicheren Weg da oben, bevor ich da gleich ganz runterfliege. So, das heißt, die Schatzkiste kann ich jetzt nicht öffnen, weil ich kein Gewicht habe. Verstehe. Ja, hätte ich das gleich gewusst, dass man mit Select... Ja. Ich habe einen PS4-Controller hier und die Share-Taste immer gedacht, da kann ich jetzt Gameplay teilen oder streamen halt, aber ja. Natürlich ist das die Taste Select. Ja, da ist gerade gestanden, ich habe es gesehen. So. Achso, ich dachte, das wäre es. Hier kann ich speichern, endlich. Ich dachte, das wäre eine Falle, weil da oben so Stacheln sind. Wenn ich hier springe, was passiert da? Ne. So, das kann ich zerstören anscheinend. Da muss ich einfach nur drauf hauen und ich hätte schon urviel Geld. Alter, ich kenne mich überhaupt nicht aus. ähm, was ist da? Da kann ich drauf springen und runterklettern. Aber ich schaue jetzt mal hier nach rechts. Ah, was ist das? Okay, irgendwelchen Sprung, Elefanten, Viecher, ich habe keine Ahnung. Shit. Ah, Silbermünzen, ja. Kommst du da rein oder wie oder was? Ja. Ach. So, Leben, Gewicht, wenn du noch immer kein ist. Ich schätze mal, dass das die Gewichte sind. Probieren wir es dann einfach mal. Kann ich da schlagen? Ja, kann ich, aber es bringt sich nichts. Okay. Ein Gewicht. So, jetzt müsst ihr die Schatzkiste eigentlich öffnen. So, jetzt können wir endlich aus. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nein, ich kann die Schatzkiste nicht öffnen. Ein Gewicht. Was ist denn ein Gewicht? Hm. Bin mir noch nicht sicher. Also, die Schatzkiste kann ich jetzt mal nicht öffnen. hofft, da ist nur Gold drinnen. Okay, da komme ich einfach da her. Hätte ich auch gleich da gehen können. Ich hoffe, ich komme noch auf ein paar Sachen drauf während dem Spiel. Warum rennt der nicht weiter? Also, weil der nicht weiter geht. wird man das Ganze machen müssen. Was ist damit? Pass auf, wo du hinpeitschst. Traf hier verdient. Ja, toll. Yay. Ich bin froh. Da komme ich nicht rein. Da müsste ich wieder runterdrücken. Okay, da komme ich vielleicht später hin. Darf ich nicht drauf peitschen? Das ist natürlich logisch. So, da kriege ich jetzt zwei Lebenspunkte. Ich habe nicht mehr viele. Oh. Den das mal erledigen. So. Okay, da fliegen einfach zufällig irgendwo hin. Sehr schön. Da darf ich drauf peitschen. Darf ich hier drauf peitschen? Na? Hallo. Hallo. Hoppla. Entschuldigung. Nichts von gut. Ja. Mist. Lebenspunkte, die brauche ich. So, da kann ich ein Gewicht draufstellen. Dann gehen die Dinger da auf. Ah, da oben kann ich rein. Nein, da auch nicht. Kann ich da rein? Nein, da kann ich nicht rein. Da trifft er mich eh nicht. Warum schießt er da? Ah, der schießt. Ah, der doch nicht. Das geht nicht weiter. Okay. Schieben kann ich das Ding nicht. Also komme ich da in die Dinger nicht rein. Brauche ich vielleicht eine andere Waffe oder so. Gut, dann gehe ich erstmal dann nach oben. Das Spiel ist ziemlich interessant. Das ist voll mal. So, da komme ich irgendwo anders hin. Okay. E-Mailsquelle. Ich kriege eine E-Mail, weiß aber überhaupt nicht, wo ich bin. Warte, um, nichts. So, E-Mail ist mit Select. Ganz easy. X-Mailer, exe, heißt da einfach nur. Also wenn ich da X drücke, habe ich es gelöscht. Und X drückt. B ist jetzt in Benutzung. Ah, da kannst du löschen und wieder installieren. Ah, okay. Das Wasser sieht rein aus, ist aber giftig. Ich bin's. Das Wasser ist in den Urinen, ist anscheinend leicht giftig. Wenn du im Wasser bist, nimmt deine Gesundheit ab. Allerdings gibt es Orte, die absichtlich von Wasser umgeben sind, sodass du sie nur erreichen kannst, wenn du genug Gesundheit hast. Wenn du es dir zutraust, kannst du vielleicht erfolgreich hindurchschwimmen. Aber sei vorsichtig und wirf dein Leben nicht weg. Das ist ein nicer Tipp. Ah ja. Okay. Bist du runter, du Fisch? Dann stirb. So, ich fahre nochmal auf die Plattform. Ne, das traue ich mich auf jeden Fall nicht da rein zu gehen. Wo soll ich denn da nachher hin? So, das ist die Plattform. Perfekt. Sehr schön. Das kann ich auch aufpatchen. Sehr gut. Da ist nichts drinnen. Die Dinger, die lasse ich einfach mal. Die Fledermäuse, die machen wir ja nichts. Schwimmen nur im Wasser rum. Vielleicht noch gefährlicher. So, ich such. Kack, Fledermäuse, ey. So, mein blaues Ding, der ist voll, meine blaue Anzeige. Ich weiß nicht, leider nicht, was die bedeutet. Also knapp. Äh, ich schaue, dass die da runterkommen. Okay, war vielleicht auch keine so gute Idee. Kommen wir da auf, eigentlich. Nein, nicht runter ins Wasser. Ach Gott. Lass mich mitfahren, lass mich mitfahren. Okay, so, ich habe nur noch wenig Leben. Ich versuche. Achso, so kann ich da rauf. Und dann kann ich runterspringen. Warum ist noch eine Schatzkiste? Ich weiß noch nicht, wie ich das bekommen, was da drinnen ist. Oh je. Er hat etwas überfordert mit dem Spiel. Leben, das brauche ich. Oh, Geld kann ich auch brauchen. So. Das war genau. Aber es ist ziemlich interessant. Mir gefällt es bis jetzt. So. Jetzt komme ich da irgendwie nach oben. Zerraten, explodieren, logisch. So, da drüben ist so ein Teil. Ich weiß aber leider nicht, was das macht. Achso. Nichts. Wenn ich runter drücke oder nach oben, passiert auch nichts. Ne, okay, darauf komme ich gerade nicht. So, das macht mir nichts aus, zum Glück. Warum habe ich so wieder so viel Leben? Okay, irgendwo habe ich sehr viel Leben bekommen. Yeah, da sind so ein Fisch, der da im Wasserfall rumschwimmt. Oh, okay, da greift man ja. So zu wissen, was hat der Fisch da? Nichts. Da darf ich nicht draufpatschen, das habe ich ja letztens versucht. Das hat es mir gebracht, nur Ärger. Ich glaube es mir jetzt anders nicht. Nein, nein. Ich gehe drüber springen, wenn ich jetzt. Ja, das geht. Nein, 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 spring, schwimm, mach irgendwas. Da kann ich ja nicht hoffen. Nein, ich muss da oben. Und da geht oben. Ja, nein, töte das Fisch. Und gehe aus dem Wasser. Das war ein Laser. Oh je, okay, das ist ja ganz okay. Ist ja ganz okay. Wir sind da ganz am anderen. Ach du Scheiße, das ist ja schon schwer. Das geht nicht öffnen, okay. Oh man, ja, da muss man sich schon ein bisschen damit befassen, mit dem Spiel. Ich kann mir in einer Stunde nicht alles herzeigen. So. Das war blauer Leiste, aber ziemlich weit aufgefüllt, aber ich bin ja voll aufgefüllt, meine ich. Das Gewicht verwende ich mal nicht da unten. Weil da kommen wir eh noch nicht weiter. So, hier gab es keinen Checkpoint dabei. Da haben wir wieder die Imbil mit dem Wasser bekommen. Ich würde trotzdem mal darüber gehen zu den Vasen und mal das erholen, was da drinnen ist. Was macht er da? Einmal Kohle und einmal nichts. Kann ich da überhaupt darüber? Achso. Ja, geht sich aus. Gut, dann gehe ich nämlich gleich weiter. So. Von da oben bin ich gesprungen, glaube ich. dieser dämliche Fisch. Gut. Das bringt sich ja nichts, oder? Da kann ich runter, da links. Alter, lass mich in Ruhe. Okay, ich drehe mich jetzt nach links. Oh, den Fisch. Das gibt es doch nicht. Leben, danke. Was ist das? Was ist das? Will das Hahn? Ne, Luftblase. Nein. Alter, ich drücke doch. Was ist? Warum ist das so heiß? Ich verstehe das nicht. Mir ist immer so heiß, wenn ich aufnehme. Das geht nicht. Ich komme dann weiter. da. Na, jetzt war ich doch. Achso, das ist eine Attacke von dem, anscheinend. So, rauf, runter. Was? Gekommen? 16 Leben, ja, ich komme nichts mehr weg. Ich weiß nicht, was er machen soll. Ich weiß nicht, was er machen soll. Oh! So, jetzt lass mich da runter, bitte. Erst, nein, weg. Komm, na, nehme ich da auch Schaden im Wasserfall? Na, okay. Da sind Speicherpunkte übrigens, da hätte ich auch einfach runterklettern können. Jetzt sehe ich es gerade. So, aber wenigstens mein Speicherpunkt. So, sehr gut. 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 So, ich weiß nicht, dass ich sterbe, aber ich kann es mal Bob in. Komm her, 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 ja, Leben ist gut, ich habe schon viel mehr, was man lasse. Was hilft mir, wenn man nicht vette? Puh. Ich habe noch so überlebt. Ich habe mal, wo wir da hinkommen. So, danke. Aha. Was ist das für ein Fisch? Ich gehe gerne hier rein, warum bin ich jetzt so? Okay. Da habe ich wieder volles Leben, hä? So, das füllt mein Leben komplett auf, oder wie? Das habe ich gar nicht bemerkt, jetzt gerade. Da, ich habe doch, naaah. den Gefühle mein Leben ganz auf, okay. Ich habe es wieder natürlich wieder in den falschen Moment runter. Ja, klar. Ich handle einfach zuvor schnell. Ja. Ich kenne mich halt leider nicht aus, wo ich jetzt schon weitergehen kann, und wo nicht. Wenn ich da reingehe, komme ich da oben noch raus und das bringt mir irgendwie überhaupt nichts. Ciao. Dämlicher Fisch, wie soll ich da wieder aufkommen? Was alles so dämlich macht. Verstehe. Also wenn ich da reingehe, ich bin so, 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 so tot. Ah, ah, verstehe, 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 verstehe. Nicht wirklich. Ja, und jetzt? Darunter gehe ich jetzt, falls nicht. Ich hätte das kaputt gemacht, jetzt kann ich das vielleicht bewegen, aber... Ja, aber wie? Ich bin hier. Ich habe noch schon wieder nur zwölf Leben. Sollte ich da oben einfach mal weitergehen? Was mache ich da eigentlich hier unten? Ich kann hier da wieder auch auf. Gut, gut, gut. Ja, jetzt darf ich mal kratzen. Bitte, Fisch. Da oben komme ich nicht. Da hat... Achte, der Fisch greift mich an. Ich hätte mir da jetzt Besseres zu tun. Achso, ja, sorry. Ich sollte auch was sagen, natürlich, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Was, ich... Ah, ich back das nicht. Ja, ziemlich kompliziertes Spiel, wie so auch schon. Okay, der ist gut. Okay, okay, okay. So, das kann ich hier mal weiter. Aha, okay. Leben, leben, nochmal leben. Kann ich da immer nichts machen. Kann ich nicht da rein, da kann ich auch... Das ist das Einzige, was ich machen kann. Außer ich kann da mein Leben wieder auffüllen, glaube ich, wenn das das ist. Ist die Kiste offen. Hä? Warum habe ich dann vorher wieder volles Leben gehabt? Ja, ich habe eine Karte erhalten. Okay, eine Karte. Eine Karte ist gut. Wie kann ich die anschauen? Ist aber giftig. Ja, das kenne ich. Hier gibt es eine neue Gegend. Das können wir nachher anschauen. Ah, ja, ja. So, Konfig. Da gibt es natürlich keine Karte. Vielleicht, wenn ich Stadt drücke. Nichts, aber auch die vorige Waffe ist auch nichts. Da sehe ich aber keine Karte. Kann ich die Karte nicht anschauen? Ja, war alles gedrückt wieder, aber ich kann die Karte nicht anschauen. Okay. Das kann ich verschieben, so weiß ich. Das hätte ich wahrscheinlich auch runterschieben müssen. Ja, ich bin so schlau. Ich bin einfach so schlau. Was? Wozu kann ich... Hä? Ich will nicht. weiter, weiter, weiter. Wo habe ich denn jetzt nochmal gespeichert? Wieder da herinnen. Ähm. Ich patch dich doch an, du schlüpert Fisch. Weiter. Hä? Jetzt los. Schuriken. Schuriken. Arken, Krähenfüße. Nein, Schuriken. Ich habe eine E-Mail bekommen. Die Karte nicht mehr. Ah. Krähenfüße. Streue sie hinter dir aus, wenn ein Feind drauf tritt in der Schaden. Ah. So, die Waffen in den Ruinen. Ich bin's. Manchmal sind in den Ruinen Waffen versteckt. Sie sehen ganz normal aus, aber weil sie aus den Ruinen stammen, sind sie etwas seltsam. Du kannst die Waffen nicht ohne Munition benutzen. Sammle Munition, die zur Form der Waffe passt. Und wenn du das tust, kannst du deine Waffe benutzen. Zum Beispiel brauche ich natürlich Krähenfüße, damit ich mehr Krähenfüße einsetzen kann. In der Welt ich ein bisschen Leben noch holen, aber in der Last auf einmal keiner mehr Leben fallen. Was war da drin? Irgendwie gar nichts, oder? Außerdem habe ich keine Gewichte mehr. Beispielsweise. Okay. Okay. So, da habe ich nur Gold bekommen. Vielleicht wenn ich da so durchschwimm, aber da passiert ja auch nichts. Was geht da? Ich komme hier nicht durch. Bin ich schon wieder tot? Bin ich schon wieder tot? Krähenfüße, kannst du toll, ähm. Zweitwaffe, ich kann meine Zweitwaffe benutzen so. Krass. Glaub ich. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Hat er schon Munition, erzählt er nicht. Ah, jetzt habe ich das ausgerüstet, natürlich. Ich darf so stehen und die da herlegen. Jetzt hinter mich, ah. Wie viele verbrauche ich da? Einen immer nur, oder? Einen verbrauche ich immer nur, okay. Ja, das hilft mir aber alles nichts, weil ich sterbe trotzdem. Ja. Äh, ich habe eine Quale getötet. Äh. Gut. Jetzt habe ich ziemlich viele Orte, wo wir hingehen können. Ah, der Fisch. Hm. Ach so, ja, weil ich das Gewicht da verbraucht habe. Na, 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 na. Uh. Okay, so weiter gehe ich dann halt nicht. Harte aufrufen, da ist im Menü auch nichts gestanden, auf jeden Fall. Das kann ich aber auch nicht in die andere Richtung schieben. Ich kann das Ding wirklich nur darunter schieben, ja. Boah, dann ist es einmal weg. Ja. Ja. Ja, das heißt, hier komme ich nicht weiter. Ach so. Spielen macht mich fertig. So, jetzt kann ich hier durchgehen. Und weiter. Hier unter gehe komme ich... Ach so, ja, das ist der andere Bereich da wieder. Eigentlich könnte ich aufhören, weil ich habe keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Bevor ich hier nichts zeige. Alter, das gibt es doch nicht. Wenn ich da nochmal raufgehe, wird sich auch nichts ändern, weil da gibt es nichts mehr zum holen für mich. Hallo, was war das denn? Oh. Au, nein, das sind die WD-Sex-Fried-Diener-Dinger. Hey, ich habe ihn tötet. Was verspielen meine Augen hier denn? Seht ihr das auch, oder bin ich nur... Bilde ich mir nur was ein? Ja, ich glaube, hier ist eine Tür. Oh. Der Vertrauens-Erweckend, hallo. Mich verarschen, das ist nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Da kann man irgendwas machen. Select, schau mal, ich habe coole Waffen. Kann man dem nichts machen. Da unten weiß ich nicht, was er da gibt. Da... Da oben auch nicht wirklich. Sollen wir nochmal nach unten schauen. Au. Ich habe so viel gemacht jetzt. Warte jetzt kurz. Dann muss ich zuerst einmal hier Select. Da ist die Zweitwaffe noch aus. Drücke dann einmal Speichern. So. Perfekt. Vielleicht kann ich jetzt ihn das ausrichten, weil jetzt habe ich mehr Lebenspunkte. Egal, dann dürfen wir einfach drüber. 18, 17. So, noch ein Schuriken. Gewicht habe ich keines. Da geht es auch nicht wirklich weiter. Da unten, glaube ich... Oder doch, da war das mit dem Ding. Was ist mit dem eigentlich? Oh. Habe mir eine Kiste aufgemacht. Hoffentlich ist es gut, dass es drin kommt. Erhalten. Ankyu-Wail. Ah, du! Blubberblasen. Da sind Laser. Da darf ich nicht reingehen. Oder muss ich da das Ankyu-Wail einsetzen? Ich bin gleich tot. Ja, gute Idee. Also, wenn ich da reinsteige, bin ich wahrscheinlich auch tot. Schau mal, was der mal da geschrieben hat über das Ankyu-Wail. Eine Sekundär-Waffe. Okay. Ein Juwel, mit dem die Anks-Schlafplätze der Wächter zerstört werden können. Das Ding? Nein. Schlafplätze der Wächter. Das Ding. Gut, verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber vielleicht sagt die E-Mail ja irgendwas. Die roten Edelsteine heißen Ankyu-Welen. Wenn du sie vor den kreuzförmigen Dingern, den Anks, die in verschiedenen Orten in den Ruinen herumstehen, einsetzt, kannst du die Anks zerbrechen. Wenn du es zerbrichst, passiert etwas Schlimmes. Also solltest du vorher vielleicht ins Dorf zurückkommen und speichern. Und wenn du schon hier bist, komm doch auf einen Schwarz bei mir vorbei. Verstehe, da ist aber ein Laser, da komme ich nicht weit. Sterben werde ich 100 Pro gleich. Ja, aber ich komme hier nicht mehr nirgends mehr hin, bevor ich... Nein, ich komme nirgends mehr hin. Ich werde sterben. So ist es Profitzeit. Okay, Leben. Danke. Zwei, das passiert ja gar nichts. Das sind Lebenspunkte die ganze Zeit. Ja, ich werde sterben, so oder so. Angst. Okay, was ist, wenn ich da hingehe? Das ist etwas Schlimmes. Ich soll ins Dorf kommen und speichern. Will ich das schaffen, ohne zu sterben? Ah, da ist ziemlich viel los. Wo komme ich denn dann hin? Ich probiere es einfach nochmal. Ja, ich wollte ihn eigentlich angreifen, aber das klappt irgendwie nicht. Elf. Ja, rein theoretisch sollte es eigentlich gehen, dass ich da wieder zurückkomme. Achso, ne doch, ne. Ich muss ja den Fisch da auch angreifen. Aber vielleicht kann ich den ja anders angreifen. Den Fisch kann ich vielleicht anders angreifen. Und da ist der Seville wieder verloren. Ja, nein. Jetzt kann ich da jetzt durch. Das Spiel überfordert mich. Also komme ich denn, nein, da komme ich nicht hin. Das kann unmöglich klappen. Das habe ich jetzt wenigstens. Okay. Da geht es wieder zurück. Ah, das sind so Kreuze. Damit das gemein. Gibt es hier sowas? Nein. Die Spiele überfordert mich tatsächlich. Da komme ich hier rein. Was will ich eigentlich? Gewicht habe ich natürlich kein bisschen mehr. Das ist für uns für mich vielleicht. Nope. Was? Ich will ihn ja schon wieder. Ich habe nichts gemacht. Oder Punkte. Ich weiß noch immer nicht, um was da geht. Äh, was? Okay, fliege da runter. Und dann? Hohle. Ich könnte mir so viele Sachen schon mal kaufen. Wie ich da hinkomme, weiß ich sowieso noch nicht. Den grabe ich nicht mehr an, obwohl ich es vorher auch nicht angegriffen habe. Ich weiß nicht, wie ich das auch machen kann. So, hier geht es auf jeden Fall weiter raus. Was ist, wenn ich mich da runterfallen lasse eigentlich? Achso, das geht nicht. Achso, doch. Da muss ich runter. Ah ja, genau. So, warte, muss ich da alle zum Schießen bringen? Oh, Junge. Hallo, dich. Ich kümmere mich später. Okay, aber schon zerstört. Also kommt da nichts mehr raus. Aber hier auch nicht. Ah, da kommt wieder was raus auf einmal. Sonst ist er mir auch auf, oder? Okay. Ich gehe mal, gehen wir mal weiter. Oder wieder zurück. Können wir eigentlich schon irgendwas ausrichten? Okay. Hat er es gebracht? Ah. Das ist nicht blind. Heilige Sphäre. Dann hätten wir die mal verrührt. Weil die hilft uns bestimmt ganz toll weiter. Mach die Sphäre dich nicht gleich stärker. Ich dachte mir, inzwischen hast du vielleicht eine Schatztruhe beim Tor der Weisung geöffnet. Deshalb wollte ich dir schreiben. Das Objekt in der Schatzkiste ist die sogenannte Heilige Sphäre. Sie ist ein geheimes Objekt, das dir Stärke verleiht. Du wirst stärker, nur weil du sie hast. Aber ich sehe nicht auf. Ganz stärker. Ich habe auf einmal 64 Leben. Vielleicht hätte ich das am Anfang von dem Scheiß-Level aufnehmen sollen. Das gibt's nicht. Ich habe so viel Leben, jetzt auf einmal. Die 32 habe ich aber am Anfang gehabt. So, wenn ich jetzt die Ank-Dings öffne. Da unten gibt's ja einen Speicherplatz. Das speichere ich jetzt einfach mal. Ein paar Minuten hänge ich an, weil ich so doof war. Und weil ich einfach nur weiterkommen will. Weil es allgemein eigentlich ein ziemlich interessantes Spiel ist. Speichern. Yes. Außerdem spielen wir erst 25 Minuten. Der Rest sind wir nur gestorben. Also ich. Ja, ich weiß eh. Das ist da drüben. Das ist das. Dann müssen wir eh hin. Wenn wir die Schatzkiste öffnen, weiß ich noch nicht. Dann müssen wir einfach immer nur irgendein Mechanismus betätigen. Ich dachte, da muss ich... Ruhe. Ich dachte irgendwie, ich muss da diese Gewichte einsetzen, weil das irgendwo gestanden ist einmal. Aber das war wohl für was anderes gedacht. Warum kann ich den eigentlich dazu bringen zu schießen? Das ist ja interessant. Ich weiß nicht warum. Gut. Jetzt habe ich nur noch 62 Minuten. Nein, das wollte ich nicht. Ah, puh. Na ja. So, das ist ja da drüben. Das ist ja da drüben. Hm, hallo. Da brauche ich ein Gewicht. Ich habe noch immer kein zweiteriger Sanz. Schauen wir mal. Ja, das ist nein. Warum kriege ich da nichts? So, die Stunde ist um übrigens. Ah, okay. So, dann gehe ich mal nicht runter, weil das ist das... sehr schön passt. Da muss ich runter. Da muss ich runter. Schnell, 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 bevor der nächste Fisch kommt. Und mal wieder speichern. Ja, jetzt sieht es ja schon viel besser aus. Hätte ich dir eine Kiste da gleich rauf gemacht. Gewicht. Was hat der da gemeint? Hoppala. Falsch. Nein, das ist ja giftig. Was geht? Müssen wir einfach alle haben. Um jetzt zu schieben. In den Ruin gibt es das ähnliches, das du schieben kannst. Vielleicht hier raus zu den Torn. Ich werde mit der Waffe darauf versuchen, es zu schieben. So, kann ich das Fisch töten? Ja, ich warte einfach, bis es da ist. So, jetzt können wir noch mal so grüne Dinger. Irgendwie nicht, weil wir drüber springen. Drei. Zwei. Gut, 52 Leben noch. Gut, dann heile ich mich natürlich gleich, wenn ich das Ding hab. Hoppla. Stirb. Nein, geh raus. Ich pack's nicht. Dumm kann was sein eigentlich. Wie wird das Scheiß 32 Leben, Alter? Ja, irgendwelche Kreuze kann ich jetzt hier nicht machen. Verstehe. Ich versuche mich zu heilen. Ich versuche es. Durch den Laser kann ich nicht. Das Dinger mache ich später. Oh, okay. So sollte ich doch wenigstens in der Lage sein, rauszukommen mit so viel Leben. Dann heile ich mich. Dann speichern die auch nochmal. Jetzt habe ich das Juwel nämlich. Perfekt. Na, jetzt geht's doch erst richtig los. So, hier runter muss ich. Meinst du das jetzt gleich einsetzen? Ich probiere es nochmal. Nein. Das ist dann nicht gemeint. Okay, verstehe. Schwitschwin hat es schon wieder gemacht. So ist mein... Hä? Achso. Kreuzförmigen Dingern, die überall rumstehen. Ja, da. Was nennt ihr sonst? Kreuzförmige Dinge sind auch keine kreuzförmigen Dinge irgendwie. Das ist auch kein kreuzförmiges Ding, das da auch nicht. Jetzt einfach, weil ich ein bisschen nach hinten patche auch. Darum habe ich das voll berührt. So, da gibt's auch nix kreuzförmiges. Ziemlich knapp, so. Die Dinger da machen. Ne. Okay, ja. Ist das fertig genommen? Nicht, dass sich das bringt. Wir haben noch einen Speicherpunkt, aber das schaffe ich schon. Das schaffe ich. Die Schatzkiste, die ich gleich am Anfang nennen soll. Oh Mann. Das ist nämlich kreuzförmige Dingern an. Das wird sich wahrscheinlich nichts mehr bringen, hier das nochmal zu verschieben. So. Wenn wir noch hier rauf kommen. Hier rauf. Hier rauf. Wo viel Geld? Eins steht da. Das heißt, eins an die Ewel habe ich. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Und da sieht man, wie sehr ich mich verpissert habe. Ja. Ähm. Was war da nochmal? Ach ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Handscanner. Damit kann man Steintafeln untersuchen. 10 kostet der. Ich habe 86. Ich nehme das. Danke zur Benutzung im Menü. Also alles. Ja. Dem echt leid, weil es ausverkauft. Okidoki. Dann tschüssi. Ein Handscanner. Aha. Ich verstehe. Das kann ich auch zerschlagen, so nachdem ich nicht wusste. Ich sehe da eine E-Mail. Was will der Typ schon wieder von mir? Ah, da unten. Zusammen mit dem Laptop benutzt es wird. Erlaubt ihr Texte auf verschiedenen Tafeln zu scannen und zu lesen? Das ist gut. Recherche ist notwendig. Falls du einen Handscanner gekauft hast. Solltest du damit ziemlich viel über alle möglichen Orte herausfinden können. Du solltest natürlich die Steintafeln lesen. Aber scanne ruhig auch alles andere wie Skelette oder geheimnisvolle Objekte. Da fällt mir ein, ich habe vor langer Zeit einem Mann eine Karte der Umgebung des Dorfes gegeben. Aber er ist nie zurückgekehrt. Vielleicht ist er da draußen irgendwo gestorben. Sieh dir mal ein paar von den Skeletten an. Vielleicht hat ja eines die Karte dabei. Welches? Die Skelette? Natürlich. Jetzt muss ich da noch alle Skelette durchsuchen. Ich bin der Älteste. Ich bin wichtig. Okay. Was haben wir da nochmal? Ah ja. Da hätte ich mir den Revolver kaufen können. Aber ich habe nicht genug Geld. Pistole natürlich. Was ist das? Wasserdichte Höhle. Die bringt's, wenn du mit deinem Laptop baden gehen willst. Nehmen wir immer Schaden. Wozu soll ich das machen? Ein Faustschild. Der schützt dich vor den Schüssen kleinerer Monster. Nehme ich einfach mal mit. Danke vielmals. Als falls diese sechs im Platz aber richtig kommen und kaufe ein neues. Ja. Gerne doch. Damit dann das spreche ich hin. Dann haben wir aber gelernt. Mann, das ist einfach so ein Weg. Eine heiße Quelle. Da brauche ich den Schlangenstab. Den habe ich aber noch nicht, um den einen zu besiegen. Den Typen da. Den Baus. PC-Laden. Den würden wir gerne alles nehmen. Das ist ein Übersetzer. Der wäre mir nicht ziemlich wichtig. Das sind Gewicht. Okay. Das sind Gewicht, verstehe. Sie sind viel zu schwer für mich. Sieh. Die Gewicht. Ja. Ich nehme es. Fünf Gewichte bekomme ich da durch. Ein Glyphen-Laser würde ich auch gerne auch nehmen. Besten dran. Lies drauf los. Natürlich. Fünf Gewichte. Der hätte ich alle bauen können. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich die Dinger zerstören kann. Zu viel Kohle. Ach, Manu. Oder darüber noch irgendwas. Die ersten Quellen. Da kann ich mich heilen. Das mache ich so gleich. Wenn ich das ganze Geld eingesackt habe. Haben Sie hier oben noch so Dinge zum Zerstören? Ja, da. Kann ich springen auch irgendwie? Nein. Was? Habe ich das euch schon gewohnt gemacht? Oder wie oder was? Und. So. So. Drei Punkte. Äh. Nein, endlich. So. Jetzt hätten wir auch. 64 Leben haben wir wieder. Es ist schon zu spät. Ich muss eigentlich, äh. Ist eigentlich gleich los. Habe ich gerade gemerkt. Ich hätte das noch gut lang gespielt jetzt. So. Da waren wir schon überall drinnen. Das heißt, wir wissen ungefähr, um was es hier geht. Und zuerst ist da. Und da haben wir nochmal ein paar Minzen. Dann sollen wir nochmal was kaufen. Wo waren da nochmal Geschäfte? Da war der Älteste. Ich bin gerade am Spielen. Nervt nicht. Okay, okay. Entschuldigung. Spiel ist gut. Die Musik ist gut, finde ich. Bei dem Spiel jetzt. So. Ich hole mir nochmal. Das da. Ein Jagu-Kartenleser. Damit kannst du Karten in den Gründen. Das hast du schon von mir gekauft. Ja, ja. Überdrückt. Nicht überheblich. Und das darf es. Ja, ja. Okay, pass. Dann habe ich da alles. So, was ich jetzt noch mache, ist speichern. Und etwas wollte ich noch fragen. Und zwar, könnt ihr gerne nach jedem Let's Test, oder eigentlich vorher könnt ihr das auch schon machen, aber ich habe jetzt vergessen, es zu erwähnen. Könnt ihr mir hier sagen, ob ich vielleicht sogar ein Let's Play davon sehen wollte oder einfach mehr davon. Vielleicht noch eine zweite Stunde von dem Spiel. Ähm, ich würde hier gerne, von dem Spiel würde ich gerne noch etwas mehr machen. Ähm, ist ziemlich interessant. Man muss ein bisschen reinkommen erst einmal. Aber dann, wenn man es hat, dann geht es eigentlich so ziemlich. So, wusch, wusch, wusch. So. Wenn man mal was verstanden hat, dann wird es etwas einfacher. Zum Beispiel, dass ich jetzt doppelt so viel Leben habe wie vorher. Ja, also wie gesagt, falls ihr da was sehen wollt, könnt ihr es gerne unten in den Kommentaren schreiben. Oder ich schreibe einfach, wie viele Likes das Video hat. Und bald mache ich vielleicht dann dementsprechend noch ein Video davon. Gut, aber ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Das war es jetzt Endgültig von La Mulana X. Ich gehe hier nochmal speichern. War ich schon. Das heißt, ins Hauptmenü komme ich natürlich wieder nur so. Das heißt, es ist irgendwie resetten. Nein, glaube ich nicht. So, wir wollten uns das Menü anschauen. Und das haben wir eigentlich schon ziemlich geschafft. Schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. So. Das wäre das. So, was gibt es hier noch eigentlich? Start haben wir. Laden haben wir. Fortfahren. Weiß ich nicht, warum das nicht geht. Zeitangriff. Was? Endloskampf, Endloskampf, Endloskampf. Die Wächter warten. Tötungen. Ah ja. Okay, das sehen wir. Die Waffen haben wir alle. Okay, das ist auch noch ziemlich. Bist du da dort? Da muss man schon ziemlich stark sein. Okay, da nicht. Das geht eigentlich. Wächter Niederringer reingessen. Wir haben schon viele Waffen. Ah, okay. Achso, das ist der Sinn dahinter, dass man immer weniger Waffen hat. Verstehe. Gut. Das sind irgendwie so Prüfungen oder wie auch immer. Okay. Zeitangriff haben wir. Optionen schauen wir nach Geschwind rein. Steuerung haben wir schon gesehen. Maske. Da kann man zwei verschiedene Ränder wählen. So, links und rechts, was da verwendet wird für ein Bild. Acht verschiedene gibt es, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe letztens. Genau. Hey, das ist süß. Das hätte ich eigentlich nehmen können. So, da können wir noch die Musik einstellen. So, jetzt wird es ziemlich knapp. So, und das Spiel verlassen können wir hier. Gut. Dann bedanke ich euch nochmal fürs Zuschauen. Ich muss leider los. Habt ihr ganz die Zeit aus 8 gelassen. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Letztest Playstation Plus wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin heute P-Mark und sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war LaMulanaX. Das war mein Letztest. Und ciao. Ich rede zu viel.